Moin Moin und herzlich willkommen zum Unboxing des Samsung Galaxy S23 Ultra. Das ging verdammt schnell, ehrlich gesagt. Am Mittwoch vorgestellt, zack, sind sie schon hier. Die gesamte Galaxy S23 Serie. Da gibt es auch dann schriftliche Testberichte für Basic Thinking. Einmal das Galaxy S23 im schönen Grün. Dann das Galaxy S23 Plus im Schwarz. Und auch das Galaxy, huch, jetzt haben wir es hier hinten dann drin, Galaxy S23 Ultra. Perfekt, die Verpackung ist auch schon aufgemacht worden, um natürlich einmal zu schauen, ob das Gerät dann auch wirklich drin ist, beziehungsweise ob alles vollständig ist. So, und dann haben wir noch ein Ladekabel, ist auch mit dabei, zumindestens in meiner Pressebox jetzt, um einmal wahrscheinlich dann auch die Ladegeschwindigkeit zu testen. Das sind hier dann, das sieht mir aus wie 10 Watt. Okay, interessant. Ähm, ich habe aber auch noch ein eigenes Original-Samsung-Ladegerät. Hier haben wir alle drei Modelle. Heute konzentrieren wir uns erst einmal auf das Ultra-Modell. Hier haben wir das Galaxy S23 Ultra. An der Seite sieht man dann, das ist die 128 GB, wollte ich schon fast sagen, 256 GB Standard-Version. Wenn ihr die jetzt kauft, kriegt ihr sie nicht, weil ihr kriegt die 512 GB Version. Samsung hat ja aktuell eine Aktion. Wenn ihr euch eines der Galaxy S23 Serienmodelle bis zum 17. meine ich bestellt, kriegt ihr dann die doppelte Speichervariante. Ähm, ja, sprich, also die hier nicht, sondern die 512 GB Version. Und wenn ihr noch einen Code nutzt, äh, den, äh, packe ich euch sonst mal in die Beschreibung. Ich glaube, das war irgendwas mit Live-Deal 3 oder so, kriegt ihr noch Galaxy Buds Pro 2 dazu, glaube ich, oder Buds 2 Pro. Ähm, ungefähr sowas. Ähm, da kriegt ihr dann halt noch so ein zweites, äh, Ding. Galaxy S23, falls ihr, ähm, mein Video schon geschaut habt, äh, von dem NDA-Event, dann wisst ihr ja schon ein bisschen Bescheid, was so ein bisschen die Hauptneuerungen sind. Gerade das Ultramodell, ähm, hat sich auf dem Papier nicht wirklich viel getan, aber die Änderungen sind dann doch deutlich sichtbarer. Ähm, wir haben nämlich vor allem einmal den Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy, also ein bisschen übertaktet. Ähm, wir haben eine 200 Megapixel Kamera, ähm, also Weitwinkelkamera, äh, do not accept, oh, okay, interessant. Die klebt man eigentlich dann irgendwie drauf, aber das haben sie scheinbar noch nicht gemacht. Ähm, so, das einmal weg. Hier haben wir dann das Gerät in der Cream-Farbe. Ui, ganz frisch aus der Produktion, wurde mir gesagt. Äh, so, ähm, schalten wir das Gerät schon einmal an. Hier haben wir das dann. Und was haben wir noch in der Box? Wir sehen es, kein Ladekabel, ist auch eine sehr dünne Box. Und da wurde mir auch gesagt, die Box scheint jetzt fast zu 100% recycelt zu sein. Ähm, und an der Seite sind auch, doch, es sind, das finde ich dann wieder interessant. Samsung stellt sich auf die Bühne und sagt, Leute, schaut mal an, was Tolles wir alles für die Umwelt machen. Und jetzt sind hier an der Seite wieder irgendwelche Sticker dran. Und oben auch? Nee. Nicht. Aber an der Seite? Also hier ist doch einer, ja, hier ist einer drauf. Okay. Jetzt haben wir nur noch an der Seite, jetzt kriegen wir die ab hier. So, ja, da ist er. Äh, das wäre zumindestens ein Fortschritt. Hier ist nämlich an der Seite noch ein Sticker dran. Oben sind keine. Ähm, und hier an der Seite ist auch einer. Unten ist auch einer. Okay, schade. Ich hätte schon fast gehofft, äh, Samsung hat, äh, die zumindestens so weit reduziert. Aber nein, äh, hier sind überall noch Sticker dran. Ähm, das finde ich immer ein bisschen schade zu sagen. Einerseits stellt man sich auf die Bühne und sagt, wie toll man jetzt für die Umwelt ist. Andererseits haben wir hier überall Sticker. Ähm, genau. Unten links ist der S-Pen. Das ist ja der Stift, den sie aus dem Galaxy Note letztes Jahr das erste Mal in die S-Serie gebracht haben. Für das Ultramodell demnach. Ähm, den haben sie jetzt hier auch und auch schön farblich angepasst. Ähm, auch hier, äh, nur den Stift halt nicht. Der ist schwarz. Ähm, tatsächlich das erste Mal in die S-Serie gebracht. Hinten haben wir dann die vier Kameras. 200 Megapixel Weitwinkel. 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Äh, 10 Megapixel 10-fach Zoom. 10 Megapixel 3-fach Zoom. Auf der Vorderseite dann natürlich das große Display. 6,8 Zoll. Quad-HD plus. 120 Hertz. Bildwiederholrate. Adaptiv von 1 bis 120 Hertz. Richten wir das Gerät einmal ein. Deutsch. Und dann Deutschland. Stimmen der Endnutzer. Lizenzverwahrung zu. Akzeptieren das Ganze einmal. Mit einem anderen Gerät einrichten. Oh, das ist eine interessante Geschichte. Okay, krass. Ähm, jetzt hatte sich gerade auf meinem Handy, womit ich hier aufnehme, äh, eine Benachrichtigung geöffnet. Hey, dein Galaxy S23 Ultra ist da. Willst du Daten kopieren? Äh, das kannte ich so noch gar nicht. Das habe ich auf keinem anderen Smartphone bisher gehabt. Ähm, das scheint jetzt echt neu zu sein, dass sie den Prozess zum Einrichten des Smartphones, äh, deutlich einfacher gemacht haben. Äh, wir gehen einmal in das WLAN. So, Dienstanbieter-Einrichtung. Das kann jetzt einige Minuten dauern. Da muss ich das Gerät dann einmal neu starten. Während das Gerät hier einmal neu startet, kann ich ja noch auf so ein paar andere Punkte eingehen, die sich jetzt geändert haben. Ähm, Android 13, One UI 5.1, einige neue Funktionen sind dadurch drin. Wir haben jetzt Wi-Fi 6E. Das Gerät ist weiterhin IP68 zertifiziert. Ich hatte zwei, drei große Kritikpunkte beim Galaxy S22 Ultra, dem Vorgänger, den ich auch getestet habe. Ähm, genauso wie die drei, vier Geräte davor. Äh, eSIM überspringe ich einmal. Denn mein Hauptkritikpunkt war einmal Snapdragon. Das hat sich getan. Also, das haben sie gelöst. Sehr gut. Das ist für mich das Krasseste, was hätte passieren können. Und sie haben es tatsächlich gemacht. Ähm, das, was mir leider sehr fehlt, ist letztendlich, äh, ein schnelles Laden. Denn wir, ja, haben das Ladegerät hier jetzt, äh, von Samsung noch mit dabei geschickt bekommen. Aber es ist nur 45 Watt, wovon noch nicht mal 45 Watt, also, sonst hätten sie gesagt, teste das 45 Watt-Ding. Dann hätten sie mir ein 45 Watt-Ladegerät beigelegt. Haben sie jetzt nicht gemacht, was ich leider sehr schade finde, weil ich das nicht testen kann dann. Ähm, aber was ich mir wünsche, ist ein sehr schnelles Schnellladen. Also, 80 Watt, 100 Watt, irgendwas in die Richtung, womit man sagen kann, äh, da kann man mit der Konkurrenz dann auch voll mithalten. Das fehlt mir in dem Fall noch bei Samsung. Ähm, und, äh, Kritikpunkt 3, den ich hauptsächlich beim Galaxy S22 Ultra hatte, war S-Pen schön und gut. Aber es war ein bisschen schwieriger, damit zu schreiben. Das haben sie jetzt gelöst. Das Display ist gar nicht mehr so krass gekurvt. Also, ich kann das jetzt hier mal richtig nah an die Kamera dran halten. Man sieht, es ist eine leichte Curve noch da. Das sieht dann, wie ich finde, sehr schick aus. Aber es ist nicht mehr so krass wie beim Vorgänger. Da ging es deutlich weiter um die Ecke. Und, äh, das hat beim Schreiben dann dazu geführt, dass man halt an der Seite recht schnell abgerutscht ist. Das ist jetzt nicht mehr so. So, Fingerabdrucksensor richten wir jetzt einmal ein. Dazu nehme ich einen sehr unsicheren Pin, den ihr nicht nehmen solltet. Ja, sagt mir Samsung sogar auch, Nils, der ist unsicher. So, registrieren. Wir legen den Finger mal drauf. 20 Prozent, 30 Prozent. Das ist auch schön, dass sie jetzt sagen, wie viel Prozent man den Fingerabdrucksensor einrichtet. Und ich habe das Gefühl, die Fläche ist größer geworden, oder? Weil der Punkt verschiebt sich jetzt immer. Oh ja, also die Fläche wirkt ein wenig größer, zumindestens schön. Da hätte man auch noch einen zweiten Finger direkt einrichten können. Auch sehr schön. Bitte warten. So, jetzt möchte Samsung deinen Samsung-Account haben. Auch hier sind sie auf Kritik eingegangen. Hier stand beim Samsung-Account früher immer Spotify. Das hat mir so ein bisschen suggeriert, ja, du kannst nur Spotify nutzen, wenn du einen Samsung-Account hast. Völliger Schwachsinn. Haben sie jetzt auch entfernt. Ach, guck mal, da haben wir es doch, oder? Nee. Spotify haben sie hier doch weiterhin. Okay, ja, schade. Wollte ich sie gerade loben, aber jetzt haben sie hier, ja, möchtest du das alles verpassen, Spotify? Nee, das kann ich mir auch so runterladen. Naja, gut. So, einmal überspringen. Hier haben wir noch Community-Service. Das kann man alles einrichten, wie man möchte. Smarte Vorschläge lasse ich jetzt mal an. Auswählen der Anzeigeeinstellung. Hell oder Dunkel. Dark Mode oder nicht Dark Mode. Ich nehme jetzt mal Dark Mode. Weiter. Und jetzt bin ich stark klar. Schön. Sie haben die Einrichtung deutlich verbessert. Das war früher in den letzten Jahren immer noch ein wenig umständlicher. Das fand ich, haben sie jetzt schön angepasst. Deutlich angenehmer. So. Wir haben aber auch weiterhin keine Gestensteuerung, die automatisch eingestellt wird. Dazu müssen wir dann jetzt einmal in die Einstellungen gehen. Da haben wir dann einmal hier Anzeige oder, nee, Funktionstaste, nee, Funktionstaste ist was anderes. Wo haben wir das denn? Anzeige, Navigationsleiste, hier. So, Streichgesten können wir jetzt anschalten. Sehr schön. Aber die meisten Leute scheinen laut Samsung noch die normalen Navigationssachen zu nutzen. Wie viel Speicher haben wir denn? Wir haben ja hier die 256 GB Version. Tatsächlich stand in meiner E-Mail, die ich von Samsung gekriegt habe, deine Geräte sind auf dem Weg. Stand 128 GB beim S23 Ultra. Das hat mich am Anfang erstmal irritiert. Weil es gibt keine 128 GB Version. Jetzt suche ich ja oben Speicher. Ganz einfach. Da, Akku und Geräteverwaltung, Speicher. Okay, 40 GB. Oh, das ist echt viel. Das System nimmt jetzt 40 GB weg. Also das war in den letzten Jahren bei Samsung schon immer echt krass. Das waren dann aber 28 GB. Wozu braucht Samsung 40 GB? Klar, gut, man kann jetzt sagen, es gibt keine 128 GB Version mehr. Man hat mindestens 256, wenn nicht sogar mehr. Das heißt, man hat jetzt trotzdem noch 215 GB zur freien Verfügung. Aber trotzdem, 40 GB ist mittlerweile jetzt echt krass viel. Aber hier sagen sie jetzt 12 GB an RAM-Speicher. Auch das finde ich sehr interessant, weil mein schönes Datenblatt mir sagt, die 256 GB Speicherversion hätte nur 8 GB RAM. Gut, hier sind jetzt 7,1 GB, aber er sagt jetzt 12. Also das ist auch irgendwie alles, da weiß keiner, ist da RAM Plus aktiviert? Ja, okay, RAM Plus ist aktiviert, deswegen habe ich 12 GB. Da sind 8 GB RAM physisch drin, aber dadurch, dass wir halt so einen Modus haben, wo der normale Speicher... Ah, okay, deswegen wird auch... Jetzt weiß ich, jetzt kann ich das auflösen. Von denen scheinbar 256 werden 8 GB für das System, für diesen erweiterten RAM dann genutzt. Das heißt, letztendlich sind es 32 GB, die jetzt hier wirklich verwendet werden, wenn ich jetzt hier diesen RAM Plus Modus einmal deaktiviere. Gut, dann muss das hier einmal neu gestartet werden, aber dann würde da wahrscheinlich wieder 8 GB an Speicher freigegeben werden. Okay, finde ich aber interessant, dass Samsung hier nicht aufschlüsselt, dass diese 8 GB tatsächlich zur Verfügung sind. Aber naja, machen wir mal ein paar Fotos. Wir gehen in die Kamera und nehmen einmal ein paar Fotos auf. Ich konnte mit dem Gerät bereits ja einige Zeit schon herumspielen, deswegen wird das jetzt kein erster Eindruck, beziehungsweise zweiter Eindruck, eher dann von der Kamera werden. Und jetzt noch ein Selfie. So, denn wir haben eine neue Selfie-Kamera. Da gab es im Internet ein wenig Diskussion tatsächlich drüber, weil der neue Sensor sind 12 Megapixel. Der letzte oder der Sensor aus dem letzten Jahr im Galaxy S22 Ultra waren 40 Megapixel. Da sage ich mir, es ist relativ egal, wie groß der Sensor ist und deswegen werde ich auch bei den 200 Megapixeln jetzt nicht sagen, je mehr Megapixel, desto besser die Fotos. Ja, Portrait-Modus übrigens kann Samsung. Hier sind so ein paar, die abgeschnitten wurden. Aber ansonsten sieht das auch wieder richtig gut aus. Genau, 10 Megapixel oder 12 Megapixel gegen 40 Megapixel. Mir ist der Sensor letztendlich egal, solange die Fotos besser werden jetzt dadurch. Oder ob sie besser werden oder wenn sie besser werden eher. Wenn sie dadurch besser werden, dann ist mir egal, wie groß der Sensor ist. Aber ja, man könnte das jetzt auslegen als Downgrade. Wie gesagt, ich sage mir, es ist mir egal, solange die Fotos besser werden. So, machen wir nochmal Stift. Das gehört ja auch immer beim Ultra-Modell mit dazu. Man hat diesen S-Pen, mit dem man so schön schreiben kann. Gibt es übrigens neue Funktionen jetzt beim S23 Ultra? Ne, jetzt nicht, dass ich wüsste. Smart Select, da kann man Sachen auswählen. Übersetzen, das heißt man hält da drauf und dann übersetzt ihr das Ganze. Schönes Tutorial übrigens, das gab es letztes Jahr alles nicht. Da musste man das auch eher selbst rausfinden. S-Pen zu Text, das heißt man schreibt und dann packt er es in Text. Actions, die finde ich sehr schön. Du kannst den Stift in der Hand halten, draufdrücken und dann macht er ein Foto. Denn man kann es als Fernauslöser nutzen, wenn man zum Beispiel keine Galaxy Watch hat. Okay, sehr schön, viel Spaß mit deinem S-Pen. Auch das alles neu. Samsung hat sich jetzt mal wirklich hingesetzt und die Software scheinbar erneuert, verbessert. So, jetzt kann ich mal hier oder so durchhalten. Ja, schön. Jetzt kann man dann die Notizen erstellen. Da kann man dann immer so schön malen. Füge Webseiten in Notizen, wenn du Samsung Internet surfst. Okay, auch das ist eine coole Funktion. Merke ich jetzt was Neues. Nee, das funktioniert immer noch sehr schön. Das fühlt sich wirklich gut an. Und man hat auch so, zumindest kann man es wahrscheinlich auch deaktivieren, wenn man sagt, man stellt den Sound aus. Aber so hat man auch so ein bisschen Sound, wenn man den S-Pen nutzt. Sehr schön. Auch das gefällt mir jetzt im ersten Eindruck, wo ich den S-Pen auf dem S23 Ultra nutze. Den habe ich auf dem Event tatsächlich wenig bis gar nicht dann genutzt, weil ich mich vor allem auf die Kamera gestürzt habe und so ein bisschen darauf, die Performance zu testen. Sehr schön. Also, Galaxy S23 Ultra. Zweiter Eindruck, muss man jetzt sagen. Sehr schön. Ich bin auf zwei, drei Sachen sehr gespannt. Erstens wird der Prozessor, ich würde jetzt nicht anzweifeln, dass er langsam ist, aber die Frage wird sein, wie die Energieeffizienz aussieht. Sprich, wie wirkt sich der Prozessor auf den Akku aus. Der ist weiterhin bei 5000 mAh. Zweitens wird das Gerät warm werden in der Testzeit. Und drittens, wie gut ist die neue 200 Megapixel Kamera wirklich? Das werden so meine Hauptaspekte sein, wo ich jetzt besonders drauf schauen werde, weil das sind die Punkte, die mich am meisten interessieren. Aber habt ihr sonst noch irgendwelche Vorschläge, was ich mit dem Galaxy S23 Ultra im Test ausprobieren soll? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Abo da, wenn ihr den Testbericht zum Galaxy S23 Ultra und auch zum normalen S23 und S23 Plus nicht verpassen wollt. Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut. Bleibt gesund. Und tschüss. Und tschüss.